Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von King Arthur Legend Twice. Gilde, das ist heute das Hauptthema, über das ich, bevor das Spiel rauskommt, nochmal mit euch sprechen möchte, denn es haben sich so viele Leute mittlerweile angemeldet. Wie gesagt, das habe ich im letzten Video schon erwähnt, ich vermute mal, wenn sie nichts geändert haben, können ungefähr 30 Leute in einer Gilde rein und wir sind locker schon über 20, die sich jetzt schon angemeldet haben von meiner Community, nur die, die im Discord sind, also nicht mal die Leute wie ihr jetzt, die vielleicht noch nicht im Discord seid, sondern nur meine Videos bei YouTube schauen. Und da ist halt jetzt schon das Problem, dass die erste Gilde schon bald voll sein wird und natürlich möchte ich wie immer allen die Chance geben, in meiner Gilde oder in meiner zweiten oder dritten Gilde dabei zu sein. Deshalb ist es mir erstens ganz, ganz wichtig, dass ihr vielleicht im Discord kommt. Für die Leute, die generell in einer Gilde dabei sein möchten, ist einfach viel, viel besser für die Absprache. Wir sehen das bei Watcher of Realms, da gibt es Gildenkriege und so weiter und da ist halt ein bisschen Absprache manchmal schon wichtig. Wir wissen noch nicht, wie das GVG irgendwie, wie das da ist beim King Arthur, aber wird es, denke ich, auf kurz oder lang dann da auch geben. Aber wie gesagt, was mir wichtig ist, dass halt, wie gesagt, so viel wie möglich Leute erstmal hinzukommen, dass wir dann gucken, wer aktiv spielt, so wie wir es bei Watcher gemacht haben. Wir haben da vier Gilden am Anfang gemacht, wo ich gleich wusste, es werden keine vier Gilden zum Schluss existieren, aber so können wir gucken, wer spielt aktiv, wer nicht inaktiv spielt oder aufgehört hat, fliegt halt demzufolge raus und es kommen wieder welche nach. Und so haben wir da auch geschafft, von den vier Gilden haben wir jetzt zum Schluss zwei Gilden, die wirklich knackevoll sind und was wirklich super läuft, Gilde 2 ist mittlerweile fast ähnlich wie Gilde 1, es hat richtig stark aufgeholt und man kann da jetzt hin und her switchen, wenn wir da noch ein paar Probleme bei irgendjemand haben, und das ist wirklich super. So, und genau das gleiche versuche ich oder möchte ich so früh wie möglich geklärt haben, auch bei King Arthur Legend Rise. Ich würde da definitiv gerne drei Kapo-Gilden machen, was mir wirklich lieb wäre und wäre für mich auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll, wenn sich insgesamt mindestens vier Leute finden würden, die jetzt sagen würden, ich würde gerne Kapo 2 oder Kapo 3, den Chef da machen und halt noch ein Leader dazu, also ein Leader und ein Vize-Leader sozusagen, sodass wir schon mindestens vier Leute haben, die, oder vier oder fünf müssen wir halt sehen, die dann in der jeweiligen Gilde ein bisschen aufräumen beziehungsweise für Inaktivität oder bei Inaktivität gucken, wenn einer nicht aktiv ist, dann rausschmeißen und so weiter. Das ist ja aktuell noch keine Stärkesortierung. Es ist erstmal nur, dass wir drei Gilden haben, wo wir aktive Leute und auch die Leute, die halt wirklich gut vorankommen, auffangen und halten können und wie gesagt zur Not dann halt aufrücken, wenn halt irgendwann dann nach einer Stärke sortiert wird. Die ersten Wochen ist es definitiv noch nicht wichtig, da nach Stärke, da ist ja immer wichtig, dass jeder seinen Account spielt und weiterkommt, aber später wird es dann wahrscheinlich keine drei Gilden mehr geben, sondern nur noch zwei und dann müssen wir auch nach Stärke sortieren. Also natürlich können wir die drei Gilden dann so lange lassen, wie wir wollen, wie da Aktivität ist, aber wie gesagt, wenn wir sie nachher nicht mehr voll bekommen und die alle sich so gefunden haben nach ein paar Monaten, müssen wir gucken, ob man dann die drei Gilden behalten. Ja, wenn wir das vielleicht irgendwo hinkriegen, wie gesagt, kommt im Discord bitte, wäre mir sehr, sehr lieb, da können wir darüber nochmal diskutieren, aber ich wollte jetzt lieber nochmal ein kurzes Video darüber machen, bevor nachher übertrieben gesagt morgen der Release ansteht und es wird dann erst alles geklärt, weil so eine Sache will ich gerne vorher geklärt haben, bevor das Spiel rauskommt, dass wir schon mal Bescheid wissen und dass wir vielleicht auch schon zwei Leute haben, die sagen, Mensch, ich würde auf jeden Fall gerne Lieder machen in Kapo 2 dann oder Kapo Duster 3 Gilde, dass wir das schon mal gefunden hätten, die da ein bisschen Verantwortung übernehmen wollen, das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr lieb. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen nochmal weiterhelfen und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf die Gilde, kommt gerne im Discord, dass ihr da eine Chance habt, vielleicht auch noch in Gilde 1 reinzukommen, müssen wir sehen, aber Kapo 2 könnt ihr dann auf jeden Fall beitreten und wie gesagt, drei Gilden, denke ich, können wir am Anfang schon wieder machen, bevor wir dann richtig aussortieren. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet oder vielleicht findet sich hier auch schon einer, der jetzt aber sagt, Discord ist jetzt nichts für mich, wie gesagt, Discord ist halt meiner Meinung nach im Gaming-Bereich die beste Plattform aktuell zum Diskutieren und auch für mich zum Austausch und die Channels einrichten, ist halt wirklich super, ist natürlich kein Muss, wenn man jetzt Kapo Duster 3 sagt, ist das jetzt definitiv kein Muss, aber Kapo 1 und 2 sollten schon fast an einem Discord sein wegen der Absprache, wäre mir das schon oder generell allen anderen Aktiven sehr, sehr wichtig. Ja, wie gesagt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet oder wie ihr das seht oder ja, eure Meinung einfach dazu. Würde mich wie immer interessieren, ob ihr das ähnlich seht, dass wir das jetzt schon vorher klären, bevor das Spiel rauskommt, als wenn es nachher zu spät ist und dann wieder Hektik herrscht. Das will ich eigentlich vermeiden. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten auch gerne immer in meiner Videobeschreibung bei meinen Partners reinschneiden und mal gucken, ob ihr irgendwas brauchen könnt. Gerade Amazon Affiliate Links gibt es ja auch den Standard Affiliate Link, also egal, was ihr bei Amazon bestellt, könnt ihr auch gerne nutzen. Würde mich wirklich freuen und ein wenig supporten. Oder ansonsten, ihr wisst es, IceTrop, wenn ihr zum Beispiel einen sehr, sehr guten Shaker sucht, der sehr lange kalt hält oder Holy Energy, wenn ihr da noch Bock habt, auf eine gesündere Alternative im Energy-Bereich, IceT-Bereich oder Hydration-Bereich. Und ansonsten, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.